so hallo halli hallo und freunde wieder zu einer neuen folge let's play rocket league heute mal keine montage sondern hardcore gaming hier mit dem blauen dominos und dem feds und nach der deutschland fahne wir sind zwar im halbfinale rausgeflogen gegen die franzosen die im final mal verloren haben aber das kümmert uns nicht wir sind trotzdem stolz der deutsche und die fahne sieht auch ganz schick aus muss ich ehrlich sagen also ohne den ideologischen politischen hintergrund finde ich es trotzdem eine sehr schicke vorne und es geht direkt schon los ich habe so viel gequatscht braute gar nicht perfekt ja leute wie ich im feldes video schon erwähnt hatte es war jetzt knapp zwei wochen pause weil ich krank war mich jetzt halt wirklich erst infektions infektiös weiß ich nicht wie man sagt erwischt und dann hatte ich auch noch eine sprunggelenksentzündung so aus heiterem himmel und das hat mich einfach mal komplett flachgelegt dagegen gar nichts erstmal hier und ich keine videos machen aber jetzt geht es dafür wieder weiter ja wie ihr schon gesehen habt wir sind nirgendwo bisher gerankt hier mit dem account aber was nicht ist kann er noch werden habe ich den gut abgewehrt auf danke gelegt wo eigentlich danke weil mein Mann ist doch scheiße so ungewohnt ich will das mit dem jet überhaupt noch nicht hin meine schuld nein 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 ich glaube der feilt gar nicht dass ich es nicht hinkriege oh was ist denn das hier ich sehe überhaupt nichts was ist denn der mate mate not found mal ne den hättest du mir auch mal lassen können aber egal was ein war das war ein guter pass was er jetzt hat dass er nein schreibt aber da war ich zu langsam alles kein problem hier mir geht auch nicht hin ich hoffe ich weiß es Ihnen ich hoffe ich hoffe ich habe es dir aber es ist ein sehr schwer es ist in der Frage Vielen Dank.